hey ho jetzt ist es endlich soweit mit dem pizzateig mit pizza machen sieht ganz witzig aus hier ich habe besucht da den essel sag mal hallo hallo ja aus dem hintergrund ins video wird er nicht bereit kommen ich mache jetzt ganz einfach pizza vielleicht belegt sich der öffel auch selber da sehen wir aber auch bloß die hände und das ganze natürlich im pizza ferrari drüben in der kleinen aber feinen küche auf geht's hey ho da ich davon ausgehen kann dass ich ja morgen im video sagt es kommt ein kleiner rückblick wie ich den teig gemacht habe ja das ist er jetzt ich habe ja von schirling's barbecue in wer diese wunderschöne kiste bekommen diese pizza kiste da nehme ich mir einen kaputto pizza mehl also das kaputto pizza mehl raus den hier brauche ich und das war's erstmal ich könnte jetzt noch hier diese italienischen kräuter mit rein tun im teig aber das mache ich ein anderes mal das experiment dann kann ich diese kiste wieder auf die seite stellen tja schillings barbecue ich sage auf alle fälle noch mal vielen vielen herzlichen dank dafür jetzt kommt endlich in einsatz also ich mache den pizza teig nach weil dies pizza kanal und hoffe dass der teig was wird dieses mal ich halte mich direkt an seine anweisungen und dazu habe ich mir hier ein bisschen bisschen aufgeschrieben ja wir nehmen jetzt die hefe hier runter 1,5 gramm hefe gut das sind jetzt zwei gramm 25 gramm salz 320 gramm kaltes wasser habe ich extra abgedeckt dass man hier nicht die hälfte verdunstet tja und ein kilo mehl gut genau jetzt tun wir erst einmal das wasser rein ach komm ich hole euch noch ein bisschen näher her der andere hat sie in seiner holzkiste mit hand geknetet und ja muss ich zeigen kann man auch mit der maschine machen hat er auch gesagt und hier tun wir jetzt die hefe rein und schauen dass ich kaltes wasser im übrigen schauen dass sich die hefe auflöst einzige unterschied ist zum waldi eigentlich dass ich ein bisschen gröberes salz habe weil ich ein feines gar nicht mehr da habe gut ich hätte jetzt komplett durch die mühle jagen können aber naja erstmal wirklich schauen dass das mehl komplett mehl die hefe komplett aufgelöst ist so das sollte soweit reichen dann nehmen wir unser mehl tun in etwa die hälfte hinzu schätzungsweise die hälfte ich habe noch nicht so viel pizza teig auf einmal gemacht ja ok kommt davon wenn man andauernd irgendwas anderes macht aber jetzt und dann rühren wir das erst einmal schön durch erst einmal langsam damit hier nicht kabumm das lassen wir jetzt erst einmal ja das ist so eine schöne schöne so einen schönen watz gegeben hat genau ich bin kein originaler pizzabäcker ich mache das auch bloß als hobby und aus spaß schauen wir mal schnell und wenn es dann so aussieht wie joghurt auf alle fälle sich das mehl komplett aufgelöst hat dann können wir das salz hinzutun das tun wir jetzt auch ein klein bisschen einarbeiten dass sich das auch noch auflöst und danach kommt dann das röstliche mehl hinzu und dann wird wieder eine ganze weile geknetet jetzt ist natürlich viel flüssiger da löst sich das salz wesentlich besser auf und verteilt sich viel besser jetzt wäre auch noch der moment wo man in den pizza seit noch andere gewürze neid tun könnte wenn man will selgo sauber was habe ich hier gerade stehen taco garaccia ein medikopter oder medikopter wäre eine idee oder sonst irgendwas dann bekommt halt der boden noch seinen eigenen geschmack ab wäre eine möglichkeit mache ich aber dann wenn dann das nächste mal es heißt ja nicht dass der boden immer gleich schmücken muss gleich langweilig hätte ich jetzt fast gesagt so dann gehe ich mal davon aus dass das salz halbwegs eingearbeitet ist und hier schütte ich jetzt einfach mein restliches mehl hinzu und lass die küchenmaschine hier jetzt ihr werk tun ja mindestens 15 minuten mindestens das sehen wir dann wie der teig nachher aussieht und jetzt schaue ich mal auf meinen spickzettel ob ich das alles richtig gemacht habe jawoll das jetzt alles richtig gemacht und leute wir sehen uns ja wieder wenn der teig soweit ist ähm das ding arbeitet ganz schön ich riskiere es jetzt einfach ich habe keine Lust zu kneten der Höllenpizzateig tödlich für jede Küchenmaschine so langsam fühlt sich auch richtig gut an der Teig vier minuten noch und dann ist gut so das sollte reichen Teig sieht gut aus die nehmen wir jetzt raus nehmen ein frisches Handtuch und dann lassen wir den hier jetzt für eine Stunde gehen der Krach im Hintergrund ist mittlerweile die Klimaanlage sorry Leute aber Anlass ist es hier nicht auszuhalten und ähm in der Stunde geht es nachher dann weiter und irgendwie habe ich das Gefühl dass hier noch eine Abdeckung hingehört da war doch so ein kleines Plastikteil dabei ähm ja so mir dran denken nehmen wir an mich selber das nächste Mal den Deckel hier drauf dann brauchen wir nicht mit einem Schaschlikstamm oder einem Zahnstocher den Teig hier rauspupeln so so die Stunde ist um und dann wollen wir unseren Teig rausholen im Video sagt der Waldi er macht sechs Teile aus dem ich werde acht Teile draus machen weil ich meine Pizza ja etwas kleiner mache oder meine Pizzen Pizzas das ganze mache ich auch bloß per Augenmaß einmal hier in der Mitte dann nochmal hier in der Mitte so eins zwei drei vier vier fünf sechs sieben acht jawohl so jetzt tun wir sie ein bisschen schleifen also in dem Video vom anderen der macht das irgendwie ganz anders und viel schneller aber ich habe da eben nicht so extrem die Übung drin aber was vielleicht schon aufgefallen ist der Teig klebt nicht so so und dann tue ich mir den Teig hier in meine Schüsseln rein jeder wird das so machen wie er es am besten kann ganz klar so bei aufgehen werden die ja mit Sicherheit auch noch ein bisschen wir werden sehen und das ganze wird jetzt für 12, 18, 24 Stunden oder auch noch länger die Kühlschrank aufbewahrt für mich heißt es was wir morgen nicht essen esse ich dann die nächsten Tage Pizza Hardcore aber egal ich mache zu jedem Pizza machen dann auch wieder ein schönes Video dazu Leute wir sehen uns dann wieder morgen sprich nach dem nächsten Cut die Vorbereitungen sind vorbei